Freitag, 11. September, 20.45 Uhr, Opel Arena, TSV Hafenlesey gegen Mainz 05, 1 zu 5. Norman Konintet, Marco Schöllev, Janis Sonnenberg, Niklas Trischkeberg, Tobias Hülster, Niklas Teski, Torke Bremer, Gerdins Schiek, Vanik Jasky, Noah Paul May, Kevin Stonmascher, Mainz 05, Robin Zindner, J. Stajoste, Daniel Brzezinski, Musa Nakatajay, Jan Paul Pretois, Daniel Annesa, Liefing Ustonanali, Redé Baku, Jan Philippe Mateta, Issa Absas, Johan Jonathan Brückert, 9.16 Uhr, 9.16 Uhr,